Schade, die beiden Techniker sind halt auch nicht mehr da, ne? Doch, Techniker Adams war das nicht einer von... Ach nein, Techniker Adams war aus dem ersten Teil mit gewesen. Klar, das war der, der sich mit Tali so angefreundet hatte. Commander, willkommen zurück auf der Normandy. Oder sollten Sie das lieber zu mir sagen? Techniker Adams? Was machen Sie denn hier? Man hat mir wegen meiner Erfahrung auf der Normandy SR1 die Nachrüstung des Antriebskerns übertragen. Und was halten Sie von der SR2? Sie ist unglaublich. Eines muss man Cerberus wirklich neidlos lassen. Sie wissen, wie man Schiffe baut. Und wo wir schon von Cerberus reden, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Warum? Als sie dieses Schiff bekam, hat mich Dr. Chakwas gefragt, ob ich ihnen gegen die Kollektoren helfen würde. Ich habe mich geweigert. Und das tut mir jetzt wirklich leid. Wenn du es gemacht hättest, hätte es sein können, dass du jetzt tot wärst. Warum sind sie nicht mit? Ich habe gesehen, was passiert ist, dass die Normandy unterging. Ich war nicht sicher, ob sie sie sind. Und Cerberus habe ich auch nicht getraut. Und als Allianz-Offizier verlasse ich auch nicht einfach meinen Posten. Völlig in Ordnung. Kann ich durchaus verstehen, muss ich sagen. Wenn ich nicht in Shepard drinstecken würde, sozusagen, oder wüsste, was mit ihm passiert ist, dann wäre ich da auch sehr misstrauisch. Und ich würde auch nicht für Cerberus arbeiten wollen. Die Allianz kommt zuerst. So sollte es auch sein. Danke, Commander. Bin froh, an Bord zu sein. Gut. Aber wir können ja trotzdem mal ein bisschen ausfragen. Ich weiß gar nicht, ob das im ersten Teil auch schon ging. Ich glaube ja nicht. Ist Ihre Familie okay? Meine Eltern dienen auf der Viridian Zenith, einem Landwirtschaftsschiff. Meine Schwester ist Navigatorin auf der SSV Benjamin Davis. Beide Schiffe stehen zum Glück sicher unter Hacketts Kommando. Hält die neue Normandy mit der alten SR-1 mit? Mit alten? Sie bläst das alte Schiff weg. Der Tantalus-Antriebskern wurde vollständig überholt. Die SR-2 ist doppelt so groß, aber der neue Antriebskern hat die dreifache Größe. Ganz neues Fluggefühl. Nur, mit der Sicherheit war Cerberus nachlässig. Wenn man den Kern zu sehr überlastet, belüftet er den Maschinenraum. Naja, spornt mein Team wenigstens an, sie während des Gefechts im Gleichgewicht zu halten. Wer schlecht arbeitet, explodiert. So ungefähr. Sie haben die kinetischen Barrieren mit zyklonischer Technologie aktualisiert. Das ist gut, wenn wir beschossen werden. Also hoffentlich weniger explodierte Techniker? Das IES-Tarnsystem wurde deutlich verbessert und kompensiert mehr Blauverschiebung unserer Emissionen. Und das heißt? Wir können die ÜLG verlassen, ohne jeden Sensor in Reichweite auszulösen. Sehr praktisch für geheime Aufklärung. Die Normandy ist alles in allem ein technisches Wunder. Wir sind also quasi unsichtbar, haben noch die verbesserten Schilde, die wir im zweiten Teil erforscht haben. Und ich hoffe einfach mal, dass unsere Techniker nicht weg explodieren werden. Das wäre sehr schön. Was halten Sie von EDI? Wir hatten bei der Nachrüstung ein gutes Gespräch. Anfangs etwas befremdlich mit einer KI. KI? Hat EDI sich nicht als VE ausgegeben, damit niemand den Stecker zieht? Doch, aber ich habe sie durchschaut. Die Rechenleistung ihrer Hardware ist viel zu groß. Und ständig haben sich Probleme wie von selbst gelöst. Hätte ich sie nicht durchschaut, hätte ich an mir selbst gezweifelt. Sie haben sich nie skeptisch geäußert, Lieutenant Adams. Ich wollte es mir mit der Cerberus KI nicht verderben, EDI. Nichts für ungut. Schon okay. Solange sie ihre Finger nicht in meine Prozessoren stecken. Ich habe anfangs versucht, sie unauffällig von zentralen Prozessen zu trennen. Leichter gesagt als getan. Aber Joker schien ihr zu trauen. Und ich lernte sie mit der Zeit auch zu schätzen. Das ist halt das Gute. EDI ist halt von Cerberus gemacht, aber sie arbeitet nicht für Cerberus. Weitermachen, Adams. Jawohl, Sir. So blöd das klingt, aber EDI als KI hat auch eine gewisse Loyalität gegenüber der Crew, Joker und auch Shepard entwickelt. Also hier unten sieht es momentan auch noch relativ leer aus. Allerdings so ähnlich, wie es halt auch im zweiten Teil vom Aufbau her war. So und hier können wir ja jetzt mal runterschauen. Da sehen wir schon von oben rein in die Shuttle-Bucht. Die konnten wir im zweiten Teil nicht betreten. Wir haben sie nur mal im zweiten Teil betreten, als da unten sich jemand breit gemacht hatte beim Sturm auf die Kollektorenbasis. Das war aber auch alles. Jetzt sieht es hier ein bisschen anders aus. Jetzt machen sich ja auch Leute breit. Zum Beispiel Lieutenant Curtis oder auch, wo haben wir denn? Da drüben hängt er. James Vega hängt hier auch rum. Der hängt immer an der Stange. Eigentlich ständig. So, wir schauen aber mal kurz hier. Wir können ja nämlich ein paar Upgrades machen. Was können wir denn da tun? Ich weiß es nicht. Also das sind jetzt neue Waffen, die wir kaufen können. Ne, das sind quasi Upgrades für die Waffen, die wir schon haben, oder? So, die Shuriken, das ist doch die, die ich habe, ne? Das kaufe ich mal. Okay, genau. Die können wir jetzt weiter steigern. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das treibe ich nochmal ein bisschen weiter, das Spiel. Denn, okay, jetzt geht es gar nicht weiter. Denn das ist ja momentan die einzige Waffe, die wir mit uns mitführen. Und wenn wir da ein bisschen den Schaden verbessern und das Gewicht senken können, umso besser. Gut, mehr will ich jetzt auch gerade gar nicht hier machen. Ich würde sagen, in drüben bleiben wir so, wie wir sind. Wir können ja mal kurz schauen. Genau, das Gewicht ist jetzt quasi auf Null. Also das Aufladetempo der Kräfte traumhaft. Was haben wir denn hier für eine neue Waffe? Die Windy Cater, die ist noch ein Stück schwerer sogar als die Avenger. Ne, dann erst recht nicht. Muss nicht sein. Nein, 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 nein. So, komm, wieder weg. Ich bleibe erstmal so, wie ich bin. Habe ich noch... Ach, ich habe noch die schwere Pistole automatisch mit dabei, oder wie? Ist ja auch interessant. Aber die wiegt auch schon fast nix, ne? Ne, das ist ja die Shuriken. Hier, die Predator. Da habe ich auch keine Waffen-Mods für momentan. Aber ich meine, das Gewicht ist ja sowieso bei Null, von daher ist es ja völlig egal. Vielleicht aber, wenn ich die rausschmeiße und dafür eine hier reinnehme. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz schauen. Der Schaden ist bei der niedriger, ne? Ah, die ist schon irgendwo... Wir probieren mal kurz, die Windy Cater ein bisschen aufzubessern. Okay, ich habe noch keine Mods, aber... Plus 149 Prozent. Ah, ne, ich lasse es. Lassen wir weg. Wir können mal kurz schauen. Die Windy Cater, können wir die auch schon... Ja, können wir. Na komm, was soll's. Wir machen das mal. Mal sehen, wie weit wir kommen. So, jetzt ist die auch raus. Und dann gucken wir mal kurz hier rein. Nein, nicht die schwere Pistole. Ich will hier die Windy Cater. Naja, 173 Prozent ist okay. Ach komm. Haben wir noch zumindest eine zweite Waffe mit dabei, falls uns die Shuriken nicht reicht. Und hier im Panzerungsspint geht auch wieder einiges, was wir machen können. Die Freizeitkleidung erstmal. So, ach Gott, ist die hässlich. So, da würde ich sagen... Das ist eigentlich ganz cool. So ein bisschen leger mit Lederjacke. Können wir eigentlich mal machen. Das sieht Shepard wirklich richtig freizeitlich aus. Beim Panzerungsset. Haben wir da irgendwelche... Nein, da haben wir keine Spezialsachen. Also müssen wir mal so ein bisschen auschecken. Helm gibt es wieder die drei üblichen Modelle. Die Gesundheitsverstärker mit drin haben. Ja, würde ich mal sagen, machen wir so, oder? Warum nicht? Ich habe übrigens in Gesprächen, glaube ich, eingestellt, dass Shepards Helm sowieso verschwindet. Wenn ich mich nicht irre. So, bei den anderen ist er generell nicht zu sehen, würde ich denken. So, was haben wir hier? Schildregeneration oder Gesundheitsverstärkung. Gehen wir mal auf den Schild. Bei den Schultern haben wir momentan noch nichts außer der N7. Arme ebenfalls. Beine ebenfalls. Da müssen wir erstmal ein bisschen sammeln noch, glaube ich. So, ja, so großartig verschieden sehen die Materialien immer gar nicht ausfindig. Machen wir mal hier so ein bisschen düsterer. Was haben wir denn für Muster? Huch, das sieht ja lustig aus. Machen wir mal. Ne, ach komm, warum nicht? Machen wir mal das hier. Musterfarbe. Ih, das sieht ja kräftig aus. Öh, ne, warum? Nein, äh, gibt's ja auch irgendwas, was gut aussieht. Ich weiß es nicht. Sieht alles nicht so doll aus, ne? Hier so am besten. Nein, natürlich nicht. Okay, haben wir denn vielleicht irgendein schönes dunkles Rot? Mh, traumhaft. Können auch ganz schwarz machen. Hier, sowas hab ich mir doch gedacht. Genau. Farbe 1. Da können wir jetzt auch, können wir noch mehr in Rot machen. Öh, das sieht ja komisch aus. Was es hier für Farben gibt? Das ist ja eklig teilweise. So, dann machen wir mal schwarz. Farbe 2. Das ist gar nicht so viel. Das ist bloß am Bauch so ein bisschen. Ach komm, dann machen wir auch schwarz am besten. Lichter. Ja, es gibt Lichter an Shepards Anzug. Wir drehen ihn mal hier hinten dran. Sehr interessant. Sieht auf jeden Fall speziell aus, würde ich sagen. Ich würde aber mal sagen, wir machen sie einfach mal aus. Weil, also ich find's doch ein bisschen merkwürdig, oder? Wenn das hier so leuchtet, die ganze Zeit an ihm dran. Weiß ich nicht. Muss ja nicht sein. Nee, komm, wir brauchen keine LEDs. Speichern und zurück. Wunderbar. Haben wir das auch ausgecheckt. Und sprechen mal mit Lieutenant Cortez. Der ist für die Landungsfahrzeuge zuständig. Lieutenant Steve Cortez, Shuttle-Pilot. Ich habe Neuigkeiten über unsere Nachschubketten. Sehr erfreut, Lieutenant. Was gibt's zu melden? Tut mir leid, dass ich Sie so überfalle, aber ich habe mit meinen Aufgaben alle Hände voll zu tun. Es ist immer so. Sie sollten sich entspannen, Esteban. Interessiert Sie das? Oder spricht da wieder nur das Cerveza? Also, was ist mit unseren Nachschubketten, Lieutenant? Die Nachschubketten der Allianz sind ein Chaos. Aber die Wirtschaft der Citadel läuft noch. Ich habe die Citadel-Händler im Netzwerk. Sie können auswählen und einkaufen von dieser Konsole aus. Wenn ich ein Geschäft einbinde, sag ich Bescheid. Die Lieferung zur Normandy ist teurer. Also sollten Sie nötige Vorräte lieber kaufen, wenn Sie vor Ort sind. Sie sind also mein Shuttle-Pilot und richten Nachschubketten ein? Ich wurde nicht als Pilot angeheuert. So etwas braucht man im Trocken-Dock nicht. Ich habe die Nachrüstung des Frachtraums überwacht. Außerdem bin ich bestens vertraut mit der Bedienung und Wartung des UT-47 Kodiak und des M44 Hammer. Bei meiner Erfahrung war es sinnvoll, nach dem Verlassen der Erde als Shuttle-Pilot zu arbeiten. Zumal Mr. Vega Kollision sehr zu schätzen scheint. Nur zur Rettung, pendejo. Außerdem kümmere ich mich um die Logistik, damit Waffenkammer und Shuttle aufgefüllt und gewartet sind. Ja, denn James hatte ja dieses lustige Selbstmordkommando gestartet und einfach mal den Wagen von Dr. Ivar weggerammt. Oder dieses Landungsfahrzeug, den Kodiak halt. Wie lange sind Sie schon bei der Allianz? Etwa zehn Jahre. In der ersten Flotte auf der SSV Hawking. Ich habe hauptsächlich F-61 Tridents geflogen. Ich liebe die Trident. Sie tanzt praktisch. Ich habe an meinem Vogel immer sehr viel rumgebastelt und dabei auch einen Ruf erworben. Sie fliegen und reparieren also Jäger. Ja, und ich habe auch ein Talent für Beschaffung. Allerdings hielt man es dann doch für sinnvoller, dass ich ein Flugdeck kommandiere. Vor fünf Monaten wurde ich auf die Normandy versetzt, um die Modifikationen des Frachtraums zu überwachen. Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Was? Was soll das denn jetzt? Für die Mobilität bei einem so kleinen E-Zero-Kern wurde bei der Panzerung gespart. Das wollten die Techniker im Labor verbessern. Nach der Reaper-Invasion ist das Labor bestimmt nur noch ein Haufen Schutt. Das Kodiak sieht etwas anders aus. Sehr gut beobachtet. Das ist das UT-47A Kodiak. Mit einem verbesserten E-Zero-Kern und prototypischer Tarntechnologie auf Basis der Normandy. Ich kann sie praktisch überall unentdeckt rein- und rausbringen. Sie fliegt wie ein Ziegel. Darum braucht man einen guten Piloten. Trotzdem nicht schlecht, muss ich sagen. Verwalten Sie die Waffenkammer? Ja, zusammen mit unserem erlauchten Mr. Winker. Auch wenn die einzige Waffe, die er regelmäßig wartet, er selbst ist. Darauf stehen Sie doch total, Esteban. Als erstes haben wir die Waffenkammer von Deck 2 nach unten verlegt. Keine Ahnung, was Cerberus sich dabei gedacht hat. Jetzt heißt es, raus aus dem Fahrstuhl, Ausrüstung gepackt und rein ins Shuttle. Wie auf der ursprünglichen Normandy. Willkommen zurück in der Allianz, Commander. Finde ich schön. Im Prinzip machen sie sich da über sich selber lustig, dass sie irgendwelche unlogischen Sachen mit in dem Aufbau der Normandy damit reingebracht haben. Wahrscheinlich gab es nochmal irgendwelche Fans, die sich darüber aufgeregt haben. Das ist unlogisch, dass die Waffenkammer nicht in der Nähe des Ausgangs ist. Finde ich lustig. Sie waren auf der Erde stationiert. Haben Sie dort Familie? Ich bin ein Einzelkind. Meine Eltern sind lange tot. Als ich auf Ferris Fields stationiert war, hatte ich dort einen Ehemann. Die Kollektoren haben die Kolonie ausgelöscht. Mein Mann auch. Ich will darüber nicht reden. Also das finde ich auch nicht schlecht. Man hat ja mal einfach völlig selbstverständlich ein schwules Besatzungsmitglied mit reingebracht. Finde ich eigentlich super, weil es gibt so viele Punkte, die Toleranz erfordern in dem Spiel. Schon allein die ganzen Spezies. Es wird ja auch wie selbstverständlich zwischen den Spezies werden da ja auch Beziehungen geführt. Dass ich es gut finde, dass da auch völlig selbstverständlich schwule Beziehungen entstehen und dass da keiner irgendwie nachfragt oder irgendwas, finde ich sehr gut. Und ich glaube, man kann sogar mit Cortez als Mann eine Beziehung eingehen hier. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es noch nie gemacht. Aber ich glaube schon. Weiter machen, aber nicht umbringen lassen. Ja, Commander. So, damit hätten wir mit ihm schon mal geredet. Wir können auch mal kurz ins Nachschubinterface schauen. Also von ein paar Firmen können wir hier schon ein bisschen was holen. Allerdings hat Cortez ja schon gesagt, man sollte es nicht unbedingt tun, weil es hier stets auch 10 Profizient Aufschlag auf die Kosten gibt. Muss ja dann nicht sein. Zumal wir jetzt ein bisschen Geld in die Verbesserung der vorhandenen Waffen gesteckt haben. Da werden wir uns später trotzdem sicherlich noch mal bessere holen. Und dann schauen wir mal kurz bei James vorbei, der hier fröhlich am Klimmstüge machen ist. Ich frage mich, wie viele davon der schafft. Also ich glaube, davon würde ich 10, 12 schaffen. Dann wäre es, glaube ich, aber auch schon vorbei. Hey, Shepard! Wie lief's mit dem Rat? Wie immer. Unverbindlich, nicht hilfsbereit. Aber ich wette, Sie sollten trotzdem was für Sie tun, richtig? Ja, wir retten einen thurianischen Primarchen von Palavan. Wird sicher lustig. Ich war noch nie auf der Heimatwelt der Thuriana. Gibt's einen Grund, warum Sie hier sind? Ich wollte nur plaudern. Toll. Ich wüsste nicht, was es zu reden gäbe. Meine Dienstakte kennen Sie bereits. Nein, als wir uns kennenlernten, hatte ich keinen Zugriff auf Personalakten. Richtig. Hatte ich vergessen. Und? Ob Sie wohl gleichzeitig tanzen und reden können? Ich werde es schon hinkriegen. Okay, loco. Tanzen wir. Übertreiben Sie es nicht, Vega. Im Alltag kommt Weisheit und Rahn. Sie klingen wie mein alter Vorgesetzter. Ach ja? Und wer war das? Captain Tony. Er war ein knallharter Mistkerl, aber ein guter Anführer. War? Ist gefallen. Mit dem Großteil meines Trupps. Beim Schutz einer zivilen Kolonie während eines Kollektorenangriffs. Und die Kolonie? Entweder Sie oder unsere Infos über die Kollektoren, mit denen wir sie hätten vernichten können. Ich habe die Infos genommen. Tut mir leid. Schwere Entscheidung. Das Beste war, dass wir die Infos am Ende gar nicht gebraucht haben. Weil Sie die Galaxie gerettet haben, indem Sie die Heimatwelt der Kollektoren erledigt haben. Das wussten Sie nicht. Sie trifft keine Schuldwäger. Wer sagt, dass ich mir die Schuld gebe? Wahrgereiten. Auch noch Seelenklemmner? Nein. Aber die Aktion auf dem Mars war Leichtsinn. Glück, dass Sie noch leben. Und? Und? Ist Ihnen dann egal, ob Sie leben oder sterben? Oder vielleicht... Bin ich einfach nur bereit, alles zu... Vielleicht sind Sie das. Aber wenn Sie nur halb so gut sind, wie ich glaube, brauchen wir Sie lebend. Danke für die Motivation. Jederzeit. Hey. Danke für den Tanz, Loco. Loco, eh? Können wir auch was Schlimmeres einfallen lassen. Solange Sie wissen, wer das Sagen hat, können Sie mich nennen, wie Sie wollen. Oh, das vergesse ich nicht. Wie steht der denn da, der Shepard? Bisschen aufreizend. Okay. Ja, haben wir mal ein kleines Tänzchen durchgeführt und haben auch erfahren, ja, auch James Vega hat ein bisschen was, woran er knabbert. Und, äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen gemein ist. Also, wenn man dann sich entscheiden muss, seine Einheit retten oder die Daten bekommen, die dann vielleicht die Kolonie retten und dann wird die Kolonie sowieso gerettet, dass man sich dann ein paar Vorwürfe macht unter Umständen. Ja, und ansonsten, ich hab mal hier gehört, ich hab vor kurzem gelesen, James wurde wohl nur als Charakter eingeführt hier im dritten Teil, um den ganzen, äh, den ganzen Call of Duty-Spielern und den ganzen, äh, Ego-Shooter-Spielern einen Charakter zu bringen, mit dem sie sich da auch identifizieren können, sozusagen. Also, der quasi so ähnlich ist, wie die Charaktere, die es dort gibt. Kann ich mir eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, weil er halt schon, er ist halt typischer Militärtyp, ne, ist halt auch ein übster Muskelberg. Und ich glaub, diesmal gibt's ein paar Schiffe mehr. Äh, aber, ich find, er hat doch, äh, er zeigt mit der Zeit doch ein bisschen Tiefe dann. Und, äh, das ist so jetzt erstmal, weiß ich nicht, passt jetzt nicht ganz so zu Call of Duty oder Battlefield-Spielen, find ich. Die sind doch immer extrem oberflächlich und ich muss auch sagen, sie sind lahm. Also, es ist schon bezeichnend, wenn eine Spielreihe wirklich jedes Jahr ein Spiel rausbringen kann, dann kann es nicht vernünftig, äh, geplant sein und keine vernünftige Story haben. Und ohne vernünftige Story, find ich, ist auch ein Shooter scheiße. So, haben wir hier denn irgendwas, was wir machen können? Wir könnten ja auch unsere Panzerung ändern, aber ansonsten, erstmal gibt's nicht viel. Sieht nicht mehr ganz so elegant aus, wie das noch im zweiten Teil war, aber dort wurde ja auch gesagt, naja, bei Servers ist es halt anders als bei der Allianz. Bei der Allianz kommt es nicht so auf die Bequemlichkeit an, sondern da ist Funktionalität entscheidend. So, und damit haben wir jetzt einen Rundgang abgeschlossen hier auf der Nomadie. Nee, das hatte ich schon gecheckt. Ja. Gut, und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal kurz auf die Galaxiekarte, das haben wir bisher noch nicht gemacht und dann mache ich auch Schluss. So, eroberte Systeme in Cluster, die bereits von den Reapern erobert wurden, können sie mit Hilfe des Tarn-Systems der Nomadie eindringen, um dort nach Überlebenden, Bergungsgut und wertvollen Informationen zu suchen. So, hier wird das Ganze auch angezeigt. Die Systeme, die, ah nein, die Systeme, in denen es was gibt, glaube ich, das sind die, die jetzt so aufleuchten und die, die schon von Reapern erobert wurden, da hängt halt ein kleiner Reaper drüber. So, genau, hier würde ich sagen, setzen wir beim nächsten Mal als erstes an, im Exodus-Cluster, das proteanische Artefakt beschaffen, denn, wenn ich mich nicht irre, ist das DLC-Inhalt, ist das einzige DLC, was ich jetzt gleich am Anfang machen will. Ähm, schauen wir mal, schauen wir mal, ich weiß nicht, ob es das ist, ich glaube aber, genau. Und danach werden wir uns dann den thorianischen Primaten vornehmen, finde ich eigentlich cool, dass wir jetzt so mit Lederjacke hier mal rumrennen, weil es doch sehr leger ist für Shepard. Gut, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und lassen es krachen. Und dann werden wir mal schauen, was wir so machen können, um die Reaper aufzuhalten oder um die Front gegen die Reaper ein bisschen zu verstärken. Bis dahin, gehabt euch wohl, wir sehen uns, bis bald.